Ich kann ja nicht verstehen, warum sich so viele darüber aufregen, dass der Jens Spahn, der Gesundheitsminister, so eine Studie in Auftrag gegeben hat, die untersuchen soll, oder in Auftrag geben will, die untersuchen soll, welche psychischen Folgen eine Abtreibung hat. Das ist doch eigentlich sinnvoll! Also ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, dafür Geld auszugeben. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob es dabei tatsächlich um das Argument Geld geht. Vielleicht, wenn man diese Studie durchführen würde, würde man vielleicht auch was entdecken, was man gar nicht entdecken will. Wie meinst du das jetzt? Naja, also die körperlichen Folgen einer Abtreibung sind ja recht evident. Sowohl für die Mutter, wie auch für das Ungeborene. Das Ungeborene ist tot und die Mutter hat kein Kind mehr im Bauch. Ja. Aber was ist mit der Psyche der Frau? Und vielleicht sogar auch das Mann? Was soll schon sein mit der Psyche? Also die Frau geht halt zur Abtreibung, das Kind ist weg und zu dem geht weiter wie normal. Weißt du das so genau? Von außen betrachtet ist es vielleicht mal so. Ja. Aber naja, hast du dir schon mal überlegt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das häufig schwierig ist, weil man denkt da sicher häufiger drüber nach. Und wenn dann so Tage kommen, wie heute wäre der erste Geburtstag des Kindes oder heute würde er in den Kindergarten kommen oder in die Schule, ist das sicher alles andere als einfach. Ja, also nachdenken kannst du natürlich viel, da kannst du ja alles mögliche denken. Ja, aber deine Gefühlswelt beeinflussen auch deine Gefühlswelt und zwar in nicht unerheblichem Maß. Von daher glaube ich schon, dass das sinnvoll ist. Und übrigens fällt mir in dem Kontext auch noch ein, erinnerst du dich noch an Jessica? Die hatte glaube ich vor einem halben Jahr oder so eine Abtreibung, weil sie das Kind nicht bekommen wollte. Und zwei Monate später ist ihre Beziehung in die Brüche gegangen. Das hast du auch mitgekriegt. Erinnerst du dich noch? Ja, stimmt schon, ja. Von daher glaube ich schon, dass das sinnvoll ist, da mal genauer hinzugucken, was für psychische Folgen denn so eine Abtreibung haben kann.